Ja, liebe Freunde, heute mal etwas getragen an eigener Sache und ich bin total happy, um das mal so zu sagen, denn ich kann mein Kreistagsmandat nun weitergeben. Ich habe das ja schon in der Pressemitteilung gemacht, aber heute sind bewegte Bilder und ich finde, das kann man ja mal erörtern nochmal und in Erinnerung rufen, weil da ja auch sehr viel zu Unrecht Müll und Unreit über mich ausgebreitet wurde. Also, der gute Herbert Mayers Fischer wird zum 1.5. mein Kreistagsmandat in Viersen im Kreistag übernehmen. Da habe ich mich sehr gefreut. Das ist auch schon in der letzten Kreistagssitzung, zu der ich zugegen war. Übrigens, da hätte ich von der Rheinischen Post und allen, die zugegen war, mir mehr gewünscht, dass ich der einzige Redner war, der Applaus bekommen hat, dass sogar andere Abgeordnete, ich nenne die jetzt mal nicht mehr, zu mir gekommen sind und gesagt haben, eine sehr, sehr gute Kreistagsrede, eine der besten in den letzten Jahren hier. Und ich habe auch an demselben Tag, am 31. glaube ich, war es, mein Mandat entsprechend per Unterschrift zum 1.5. zurückgegeben. Es gab überhaupt keinen Ärger im Gegensatz zu den anderen Dingen. Das, was die FDP veranstaltet hat, ist in sich zusammengefallen, ist nicht mal erörtert worden. Ich durfte aber eine Stellung beziehen, hat keiner was gesagt. Ich war ja, wie gesagt, auch zu jeder Sitzung entschuldigt. Und nochmals, ich würde es auch für die erläutern, die sich so lautstark zu Wort gemeldet haben, ich konnte eben das Kreistagsmandat nicht abgeben, weil ich es sonst verschenkt hätte, weil keiner nachrücken wollte. Oder die, die hätten nachrücken können, tot waren, wollen wir eben mal den Herrn Kronauer ansprechen. Oder, wie der Kollege Müller, ich habe es auch mal angesprochen, schon die Partei verlassen hatten. So, also zu dem Zeitpunkt war leider nichts anderes möglich. Alles andere habe ich ja in einem anderen Video hier auch auf YouTube euch schon erläutert. Aber ich wollte jetzt auch Vollzug melden, denn meiner einer klebt nicht an Ämtern. Und ich freue mich, dass ein guter Mann und ein guter Kollege wie Herbert Mayers Fischer jetzt entsprechend das Mandat ab 1.5. ausüben wird. Ja, das war es in eigener Sache. Ihr seht also, bei mir wird nicht gelabert, sondern dann auch gehandelt, wenn es möglich ist, nicht zulasten der Partei zu handeln. In dem Falle war es jetzt leider erst möglich und das war es. Ich wünsche euch weiter einen schönen April und bis bald, euer Kai. Tschüss.